jo leute was geht hier ist euer freeking und heute mit leuten video heute zeige ich euch einen glitch wie ihr die redhacks tarnung auf eure boxern schuhe bekommen könnt und ja da fangen wir am besten mal mit dem glitch an also als allererstes geht ihr in den zombiemodus und im zombiemodus zurück zu die options taste und geht in den waffenschmied im waffenschmied geht ihr dann auf secondaries und auf eure boxhandschuhe und da stellt erstmal eine variante ist wirklich ganz egal wie ihr die benennt auf jeden fall müsst dann auf tarnung gehen und da ist auch die redhacks tarnung die ihr auswählen könnt ja dann speichert ihr einfach noch die variante ab und geht in den multiplayer und den multiplayer geht einfach nur auf eine klassie und könnt dann auch eure variante auswählen wo die redhacks tarnung drauf ist und meiner meinung nach sieht dann einfach noch die boxhandschuhe noch viel krasser aus und ja das war es für den glitch wenn es euch gefallen hat lasst mir ein like da ich wünsche euch einen schönen tag ich brauch's und ciao ciao